Musik Moin Leute von heute was geht ab Jetzt ist es heute mit weiteren Ghost Gameplays am Start für euch Ihr bekommt heute viermal die Nuklear Killstreak zu sehen Ich habe aus mehreren Call of Duty Ghost Gameplays die neue Killstreak für euch zusammengeschnitten Also wenn ihr diese Killstreak erreicht habt, wird auf jeden Fall das komplette gegnerische Team vernichtet Wie ihr hier gleich sehen könnt Aber bevor ich den Sound einschalte von diesem Gameplay und den Nuklear Killstreaks Wollte ich euch noch was wissen lassen oder besser gesagt fragen Habt ihr Bock auf ein neues Intro oder soll ich das jetzige beibehalten? Wenn ihr Lust auf ein neues Intro habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Einige haben schon gefragt nach einem neuen Intro, die anderen sagen, ich soll das beibehalten Also wenn ihr ein neues haben wollt, dann werde ich beim 1000 Abos Spezial ein richtig fettes neues Intro erstellen lassen Also lasst es mich auf jeden Fall wissen Also habt viel Spaß mit diesem Gameplay Wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch Macht's gut, halt die Ohren steif Bis dann Ach ja und vergesst nicht zu liken Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017